Hallo, wir sind NarutoNur2686, herzlich willkommen zu Assassin's Creed Unity zu Part 37 und letztes machen wir uns auf den Weg zu Elise. Los geht's! Weg! Weg, 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 weg! So. Ich komme, Elise. Weg jetzt. Weg, weg. So schnell, Juras mal. Lass uns erstmal nach oben gehen. Los, Arno, hoch mit dir, mein Freund. So. So. Jetzt muss ich gucken. Was tust du denn hier? Alter, was soll der Mist? Hallo, Elise, wie geht's? Aber bevor wir hier weitermachen, na, im Moment muss ich jetzt erstmal kurz eine kleine... So. Oh, weiter geht's. Alter! Weg mit dir. Alter, lass mir Elise in Ruhe, Alter. Wo ist es, die zwei gegen einen? Was soll der Scheiß? Und da steht euch. Gut gemacht, Elise. Danke. Was geht hier vor? Wo ist Monsieur Lafreniere? Er ist tot. Was? Sag, ich erklär's dich später. Held auf! Oh man, jetzt müssen wir hier ins... Ah, jetzt kommt der Teil! Okay, dann wollen wir mal hier... Und jetzt hier wieder... Freikämpfen, Alter. Alter, jetzt... Die habt ihr doch eigentlich... Äh... Nicht zwei gegen einen, was soll das? So. Alter. Was ist los mit dir? Ich weiß nicht, wie wir wieder rauskommen. Ich klettere hoch und sehe mich unten. Äh, machen wir mal. So, und da gleiche ich nochmal kurz schnell hoch. Dann erstmal nach oben mit uns kommen. Hoch mit dir. Ah, no. Dann wechsle ich... Ja, jetzt kommt eigentlich mal unsere Pistole jetzt mal in den Einsatz. Vier Kopfschüsse, das kriegen wir hin. So. Ja, Indies, beruhig dich jetzt mal. So. So. Warte doch mal ab, Indies. Ich bin noch gerade dabei, hier zu gucken. Menschenskind. So. Doppelattentat noch. So, jetzt kommen noch die Doppelattentate, die Ding hab ich. Aber die Pistole ist gar nicht mal so schlecht, die ist wirklich geil, die Pistole. Ja, was ist denn, Indies? Wo bist denn du schon wieder hier? Hier unten, oder was? Ja, ist Indies in Ruhe. Aha, so würde ich jetzt also haben. Na, warte, Freunde. Na, nacht. Jetzt, mach doch mal langsam hier, Alter. Jetzt reicht's. Jetzt ist hier alle auf einmal verflucht, nur eins hier. Alter, was kommt mir denn da hin? Alle auf einmal, was ist denn da? Wow. Alter, was willst du denn, du Schüler? Alter, untersteh dich hier jetzt langsam. Alter, was wollten wir denn schon wieder? Lass doch mal in diese Ruhe. Haut ab jetzt alle hier. Was soll? Der Krampf. Mann. Was soll denn hier, Krampf, hier? Meine Güte, ey. Was soll denn der Mist? Wie kommen wir hier wieder raus? Oh, jetzt. Keine Angst, jetzt warte mal ein bisschen ab. Jetzt warte mal ab, bitte. Wir werden hier schon rauskommen. Jetzt mach kein... Elise, jetzt mach keinen Stress, bitte. Komm. Wir kommen hier raus, aber mach keinen Stress jetzt. Warte mal, wie viel denn das Ding... Oh, drei schon. Ne, 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 das kriegen wir dann gleich. Lass mich mal lieber... Lass mich erst mal kurz plündern. Und dann machen wir eins nach dem anderen. So. Mensch, Mensch, Mädel. Gib dir Ruhe jetzt. Ich weiß, du bist hier raus. Wir kommen hier schon raus, aber jetzt gib Ruhe. Komm schon. Mensch, Mädel. Echt. Du musst dich schon ein bisschen zufrieden geben hier. Ich muss erst mal gucken, wo die Typen alle sind hier. Ja, ich hab ne Idee, aber in diesem Buch muss schon still sein. Sonst kommen wir hier heute keiner mehr raus. Du hast dich verlaufen. Nein, hab ich nicht. Echt? Hallo? Gibt's hier keine mehr, was man denn... Sondern Mist. Hä? Sag jetzt, sieh, dass die alte angekommen sind, jetzt die ganzen Dreckswachen hier. Ach, Leute, ey. Das ist nicht wirklich euer Ernst gerade. Dass es hier keine Wachen mehr gibt. Das ist nicht euer Ernst. Oh, Mann. Ich hab nicht so viel gekriegt nach Wachen, aber anscheinend gibt's hier gar keine mehr. Das ist doch das Nerven. Hm. Okay, komm mit. Ich weiß, ich muss nicht hier fliegen, aber lass mich doch mal jetzt in Ruhe hier. Da ist es... Ne, haben wir nicht. Sie stehen gerade hier... Ey, das ist nicht stehen hier in Ernst, dass da alle Wachen jetzt rausgekommen sind. Ey, das ist doch nicht wahr jetzt, bitte. Leute, echt. Soll ich... Das kann sein, dass wir das Doppelattenteil, dass wir das Doppelattenteil überhaupt nicht mehr kriegen, weil da wahrscheinlich jetzt alle Wachen hier rausgekommen sind. Komm her, ich schneide dich auf wie den Rest dieser Verräter. Nein, hier sind noch Wachen, jawohl. Schließ... Guck mal Ruhe jetzt. Alice, bleib da. Das stimmt nicht. Oh, Gott. Du hast dich verlaufen. Gib es zu. Pfft, Alice, nein, hab ich nicht. Jetzt gib doch mal Ruhe für... Menschenskind. Gib doch einfach jetzt Ruhe, Alice. Meine Güte. Ich bin hier gerade über was zu machen. Und gib Ruhe jetzt. Echt? Oh, ich bin hier gerade über was zu machen. Du hast dich verlaufen. Schüttelst mich nicht ab. Keine Angst, Alice. Du hast dich verlaufen. Gib es zu. Nein, hab ich nicht, Alice. Hab ich nicht. Jetzt gib wieder Ruhe. Bitte. Nerv jetzt gerade nicht. Bitte, komm. Alice, bitte nerv mich jetzt nicht. Nein, muss ich den Ruhe. Oh, Mann. Schönes Attentat war das. Toll, ey. Das wären jetzt zwei... Oh, nein. Sie hätten so schön zwei geben... Sie hätten gerade so schön zwei geben können, ey. Verflucht. Nein. Oh, Mann, ey. Alice, betreib's nicht. Jetzt bleib hier. Wo ist denn die alle dahin jetzt? Zwei von Ihnen voraus. Oh, der fliegt. Oh, der fliegt. Jawohl, eins hab ich schon mal. Ja, toll. Aber das war jetzt... Na, Leute, das haben wir nicht. Sorry. Beim... ein bisschen draußen. Bis zumzeit hat er sein Finger. Was willst du mit deinem scheiß Spieß? Hau ab jetzt! Ja, kommt! Ey, Leute, was war das, ey? Hallo. Ja, das ist voll übertrieben, ey, wirklich. Weg. Hast du eine junge Frau gesehen? Groß, rotes Haar. Ich möchte nie. Was ist das? Hm. Weg, weg. Nein, tut mir leid. So, jetzt komme ich her. Jetzt stirbt, Alter. Ich beende es jetzt hier. Meine Güte, nerv ist es nicht. Du hörst auf, Alter. Kann sein, dass wir das jetzt das andere nicht geschafft haben. Klar, wir auch. Wenn es der jetzt beim ersten Mal gleich versaut hätte mit den Zweien, aber... Ich hätte es ja gleich beide angezeigt, aber... Egal, wir müssen das nicht. Oh, ja! Das ist nicht euer Verfi- Sorry, Leute, dass ihr euch den Scheiß wieder antun müsst. Sorry. Wirklich. Wenn mich das Spiel gerade... Ey, was soll ich machen? Das Spiel ist gerade nicht so hart dermaßen am so verarschen. Da erwischt mich einer, obwohl mich gar niemand erwischt hat. Und dann fand ich ihn wie auf einmal... Ja... Auf dem Geisterhand eben so ein scheiß Leben, ey. Was soll der Fuck? Ich weiß nicht, was der Mist soll. Wirklich. Ach, der ist schon tot, okay. Wow. Hä, hat die eine Klingel? Hm. Aber jetzt reicht's. Echt, wirklich, Leute. Wirklich. Hört auf mit sowas einfach. Ich find das einfach nur nervend, ey. Weißt auf, Junge. Oh, schieß ich den hin? Bin ich doof, oder was? Junge, jetzt hau ab, Alter. Nervt mich jetzt nicht. Ja. Danke, Elise. Wo sind die Panner? Wo schießen die hier rum, Alter? Junge. Ey, verarschen. Leute. Kommt. Jetzt geh an, Alter. Jetzt mach. Leute, ey, wirklich. Es tut mir so leid, dass ich jetzt... Es ist leid, dass ihr die Scheiße noch einmal angucken müsst. Sorry, wirklich, echt. Was nun? Es tut mir so leid, dass ihr euch die Scheiße noch einmal angucken müsst. Sorry, wirklich. Ja, aber wenn das so ein Idiot irgendwo schießt, wenn ich nicht mal weiß, woher der schießt und dann... Ey, wirklich, kommt. Junge, jetzt verreckt endlich, Alter. Nervt jetzt nicht und verreckt einfach. Alter, verreckt doch jetzt endlich. Ja, ist hier oder nicht, ich weiß. Oh, Mann. Jetzt geh hoch. Jetzt stirb endlich, Mann. Lass dir selber zuzuschreiben, Junge. Hoch, 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 hoch. Ich muss was sehen können. Jetzt geh hoch. Oh, ja, Leute. Wirklich. Ey, verarscht mich jetzt nicht hier gerade. Ey, komm, ärgert mich jetzt nicht. Mit so einer Scheiße hier. Das war der letzte von Ihnen. Lass uns verschwinden. Echt? Endlich. Meine Fresse, ey. Was hätte ich hier nicht mal eigentlich Ruhe geben können, ey. Verdammt noch eins. Sorry, wirklich. Gut, das heißt, wir beenden jetzt hier den Party, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Euer naruto1986. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid, wenn ihr wieder einschaltet. Gebt einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal, das wäre nämlich nett. Von euch, danke schön, auf Wiedersehen, bis gleich, ciao.